So, Hallöche meine lieben Freunde, ich sag mal mein erstes Grüß, Jo, wie ist so, euch meine lieben Zuschauer und begrüßt euch recht hier jetzt zu einer weiteren Runde The Hidden, zusammen mit dem Delay und dem Dalu. Hi. Hallo, der Fan. Und Delay ist gerade The Hidden und so und ja, wir haben gerade... Ah, da ist er schon wieder. Geh weg. Ach was. Verpiss dich. Du bist doch ein... Oben irgendwo Geländer oder so. Oben irgendwo Geländer. Ach so, ich komm mal hin. Wo ist der? Achte einfach auf die fliegenden Fässer. Mann, oh. Ich schmeiß doch... Ich... Immer... Hi. Oah! Okay, wir machen ein Abkommen, ja? Du, du, du... Schmeiß mich einmal mit einem Fass ab und dann darfst du mich erschlagen, okay? Vom Erschlagen hat kein Messer oder so. Nein. So, hier ist jemand. Minion. Ich. Was? Da bist du. Glaube ich. So ein Blubloch. Au! Ups. Ja, ich glaube, da warst du. Da ist mir wohl mein Messer ausgerutscht. Tut mir leid. Upsal. Mann, oh. Was tut Minion da? Will er Selbstmord begehen? Aua. Ach so, aber... Es gibt wirklich Leute, die Lay treffen können. Das ist schon respektabel. Was für da heißt Kia, wenn, äh... Wenn man Tappen gibt. Oh mein Gott! Nein, 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 nein. Also da, ich dachte schon. Und natürlich ist es kein Graf. Aua. Hä? Dalu bist du jetzt auch schon tot? Ja. Ja, ich hab ihn einmal getroffen. Wir wissen, ich bin gut. Okay, Kolomato. Und Minion lebt noch. Nein, Kolomato ist jetzt auch tot. Ja. Sorry. Also stellt euch schon mal darauf ein, meine lieben Freunde, dass Delay die ganze Zeit hidden sein wird. Das wollte ich vielleicht auch sagen, dass wir... Ups. Ich hätte eine andere Waffe diesmal dabei. Jetzt mach ich ihn platt. Ja, nur Minion lebt. Wir haben verloren. Lebt noch einer? Ja, Minion. Der ist tot. Ja, schon tot. Keine Ahnung. Da ist er. Hallo, der schlägt dich, Mann. Pass doch mal auf besser. Mein Gott. Der rastet, glaube ich, ein bisschen aus. Der spackt immer voll oben, wenn er schießt. Ey, der hat eine höhere Wahrscheinlichkeit dann, als ich, die Lade zu treffen, ja? Also ich bleib beim Blut. Aber guck mal, ich weiß, es war jetzt drei Runden hidden, dann kann ich nicht mehr drin sein. Oh, du Arme. Bin zu gut für dieses Spiel, ja? Ja, bist du auch. Mein Gott, ich heilige dich. Los, wir töten. Ja, lo. Da ist die Xbox, hallo. Dalo überlebt jetzt gerade länger als die eine Runde, ne? Ja, also, wir sind schon mal. Bleibt wer hinter mir? Ach, Kolomato läuft mir hinterher, achso. Nachtschung. Wieso kann man nicht rennen? Das wäre dann viel einfacher. Dann will ich nicht so schnell sterben. Ist ja klar, warum. Hallo, da, hallo. Wieso versteckst du dich? Ich meiste so auch, wie die Lade immer einfach fester nach mir. Hi, da, hallo, hi. Hallo? Hi, komm da runter. Komm da runter. Komm da runter. Wow! Alter, hab ich mich jetzt weggeschrocken. Ja, ich bin nicht so gut darin. Kann das sein? Kann man das merken? Da liegt er. Es geht doch. Ups, bin hinten. Ups. Ups, bin hinten. Ups. Ups, ups, Salah. Was bedeutet eigentlich dieser Radar? Was ist der grüne Punkt? Das sind andere Menschen. Okay. Verschone mich die Länge. Ich schenke dir auch alles, was du möchtest. Eine Nacht. Aufspiel. Ich weiß es nicht. Also, K. Yu-Gi-Oh-Karten erstmal. Hier bitte. Ja, genau, Yu-Gi-Oh-Karten. Wie, da hast du früher Yu-Gi-Oh-Karten gesammelt? Das nicht alle. Ja, da war alles rot. Da bin ich gesehen. Wo ist der? Du hast gerade noch jemanden umgebracht. Ich habe ihn vor meinen Augen umfallen sehen. Das war nicht der Wind. Der hat keinen Krebs. Der ist nicht an Atemnot gestorben. Glaubst du? Das kann alles möglich sein. Hoi. Ich habe einfach nur ein Wupp gehört. Du hast einfach nur ein Wupp-Wupp gehört. Wupp-Wupp-Wupp-Wupp. Macht das Dubstep gehört von dir aus. Ja. Der hat einfach nur so eine Musik gehört. Wenn man hidden ist, sollte ich dir noch sagen, Steve, kann man, wenn man jemanden getötet hat, das Leben an den Leichen wieder aufladen ein bisschen. Echt? Das kann sich nicht so aufreißen. Ich hatte eben 30 Leben, habe jetzt wieder 80. Da ist er übrigens da niemand. Ah! Ah! Delayed! Verbiss dich! Bist du das? Nein, niemals! Er ist übrigens da oben auf dem Gitter. Quatsch. Weiter runter. Da, der schlägt schon wieder nach mir. Was ist das? Wo bist du? Ich habe das Gefühl, man sieht ihn viel. Nimm deinen Unsichtbarkeitsmantel weg. Ich spring einfach mehr. Ihr müsst die ganze Zeit springen. In India, Alter. Geh da weg. Guck mal hier, fang. Guck mal hier, fang. Ja, das war ein bisschen schwer. Das ist doof. Komm, meine Arme. Auch die Dame, Mann. Okay, wer lebt noch Minion? Okay, wir haben vor Ort. Dank dir habe ich wieder 100 Leben. Ach, Minion. Minion, komm her, komm her. Ja, wir haben wirklich verloren. Ich habe noch 8 Minuten. Ich kann mir so viel Zeit lassen, wie ich will. Ich süsse ein Depp. Ich süsse ein Depp, der Minion. Ich springe ihn doch endlich kurz und schmerzlos um. Wo ist denn der? Äh, der ist da außen wieder. Ich bringe dir auch ein Geschenk. Ey, ich dachte, die Fässer wären nur für mich bestimmt. Dass du bis in eine X. Ey, wie der immer rumspackt, ne? Wie das passiert. Und Hidden Wind, schon wieder. Ja, hast du. Ich dich auch. Hatte gerade gesprochen. Ja, weiß ich, ja. Ich habe es leider ausgeschaltet, deswegen habe ich die Rage-Quids von denen leider nicht drinnen. Ach so, du hörst gar nichts. Fast schon Rage-Quids. Ach, warte mal, ich mach den mal an. Also mich bitte nicht angreifen, Delay. Okay, ich als Erste. Ich mach den mal an. Dann hört man die auch mal. Oh, du machst mich an. Ja, wow. Kannst mal sehen, wie ich da auf dich stehe. So ein arischer Mann. Uiuiuiui. Und der Delay-Penis ist auch echt. Boah. Alter, ich konnte gar nicht hoch. Ich darf mal mit dem Blue rum, weil der ist ein gutes Opfer, Delay. Ich kann, hast du recht. Habe ich die Chance, ihn zu erschießen, Delay? Ja. Hallo. Hi, wie lange hast du getroffen? Habe ich jetzt eigentlich schon mal wenigstens den Läden wenigstens einmal angehütet? Kann sein. Delay, du bist doof. Delay, du bist doof. Nein, sag sowas nicht. Meine Lüge. Das trifft mich wirklich. Das trifft mich wirklich. Wie zur Hölle kann man sprechen? Au. Auf V? Hm. Gedrückt. Benus, 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 Benus. Exakt. Das wollte ich immer einmal sagen. In den Ausch. 27. Hi. Au. Ich war gerade so auf Sprechen fixiert. Blut. Blut. Steve, du hast mich getroffen. Echt? Das ist die Vollsch... Ohne Scheiß? Ja. Geil. Aua. Geh weg. Mama. Autsch. Delay ist eine sehr, sehr doof in Nuss. Es ist voll witzig, wenn man euch zweimal hört. Ey, was war? Oh, voll im Wug. Ohne ey, da hat sich in Ruhe. Schon wieder, wieder, wir beide. Das gibt ja nicht. Ja, weil das sind die Ankerne. Ja, wir sind deren Verwandter. Ich gehe jetzt noch was essen. Vielleicht, okay. 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 Es gehört, Delay, du hast einen Seelenverwand. Du machst jetzt für 60 Nosegup und so, okay? Er ist den fast gut ausgewichen, ich war da. Do a barrel roll. Also, alles muss man dem lassen. Der ist dem fast gut ausgewichen. Gleich kommt wieder die ganze Zeit. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Oh, das ist er da. Läuft doch nicht weg. Läuft doch nicht weg. Läuft doch nicht weg. Ja, komm. Ja, komm. Ja, komm. Entschuldigung. Ja, komm. Entschuldigung. Entschuldigung. Ja, das ist so wie. Los, du schaffst es. Wir brauchen wieder in der nächsten Aufnahme. Ja. Wir brauchen auch immer auf. Jups. Yes. Wie du immer in meine Arme kommen. Klub, klub, klub. Ich musste nachladen. Hör mal. Game over. Oh. So. Wow. Ich darf doch noch mal. Ich darf noch mal. Oh mein Gott. Dann lass mich doch mal gewinnen. Töte mich doch. Dafür bin ich zu schlecht. Oh, immerhin gibt das zu. Immerhin gibt das zu. Eigentlich, äh, er ist so schön zum Bessergut. Nein, ich hab schon wieder das Gefühl, dass Delay einfach nur wieder hinter mir her ist. Au. Nein. Ach, du bist ja mit dieser Blonde schopfen. Das stimmt. Au. Wo ist denn der Blonde will zu ihm? Ich bin bei ihm. Bist du? Hi. Au. Aber du hast mich getroffen oder so, weil ich hab einen Schaden. Hat Schaden. Alter, lauf. Kolobato. Ich bekomm. Da. Ich hab schon wieder einen Schlag gehört. Ich hab nicht schlagen gehört. Das ist bestimmt nicht er. Er hat mir nachgesprochen. Er ist in der Aufnahme mit drin. Mein Gott. Das zu hören bringt dir nicht. Wo ist der? Mann. Bei uns. Offen. Oh mein Gott. Was darfst du gegen mich? Du meinst ein Messer. Das ist der Dunkel. So, so, Hupsala. 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 Das was? Ah! 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 Oh, wie dooflos, Mann! Dalo, mach ihn fertig! Dabei. Muss sein. Der ist da schon wieder. Hinter dem Fass oder so. Ihr habt keine Ahnung, wo ich bin. Da hinten! Da hinten! Ah! Er ist genau da. Guck da hin. Da ist er. Ah! Ich glaube, Dalo ist recht tot. Ja! Ja! Nein, bestimmt nicht. Wirklich jetzt! Weißt du, der ist letzter. Das faszinierend. Mach erst Minion tot, bevor du Dalo tot machst. Wir werden ja eine Stunde Reihenfolge mehr. Dalo ist schon tot. Echt? Ja! Ja! Das faszinierend. Das faszinierend. Das faszinierend. Ja! Spring ihn auf den Kopf! Los! Doch! Aber diesmal brauche ich eigentlich länger, um euch zu töten. Ihr lernt dazu! Ihr lernt dazu! Ja! Das ist voll peinlich, wenn ich jetzt doch noch verliere. Wo ist denn der? Ja, das ist echt peinlich. Der ist, äh, im Schiff. Was der eine Lerner nennt, mich kann man nicht. Ja, das ist echt mal das, das ist voll klug. Ihr sollt euch das mal angewöhnen. Der ist da draußen viel angreifbarer. Okay. Wo ist denn der? Aufpassen! Im Schiff. Im Schiff, ja. Außerhalb? Bist du nicht da gerade delay? Ich sehe irgendwas wabbeln. Ja, das gibt auch mal so. Das ist heiße Luft. Heiße Luft. Ach so, Lüftungsschächte, also so. Ja, die einen voll ablenken. Wo ist denn der? Ach, was Schönes. Die im Schiff. Unten nur. Ich fände euch nicht. Der ist im Schiff drinnen. Eher unten. Hey, na? Eher unten, ja. Weht nur noch der. Ja. Doch, sieben Minuten. Wusstest du, dass es auch jeder bleibt, der Xbox und den Tally gibt? Jetzt geht er wieder raus. Ich glaube, du hast ihn gleich, ja. Ja. Ach, mano. Komm, ich möchte hin sein. Bitte, 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 bitte. Jetzt wird eh Map gewechselt, glaube ich. Ja. Okay. Ja, gut. Ich habe jetzt einfach davon noch ein Ründchen. Komm mal gucken. Jetzt kann ich vielleicht den Delay da auch mal töten. Die ist schlecht. Steht da. Was hast du gegen den? Der ist nicht schlecht. Weißt du nicht. Er hat mal meinen Stream geschaut. Ah, die. Der ist cool. Die ist toll, die Map. Der musst du schnell auswählen. Ah, die habe ich vorhin gespielt, als ich zum ersten Mal gespielt habe. Da hatte ich keinen Plan gehabt, was ich machen muss. Hier kann man... Hier kann man Dings spielen. Minien. Komm her. Der stirbt. Oh, du hast mit Namen gesagt. Ich bin nicht Fame. Oh, und das... Oh mein Gott. Und das ist so geil. Eine Aufnahme. Oh, und geh rauf. Wo kommt der LOL? Nur nicht im Miner. Nur nicht im Miner. Aber im Miner. Ich bin genauso Fame wie Delay. 100%. Bitte. Delay, sag es. Sag es. Ja, ja, ja. Kann immer werden. Danke. Danke. Du bist offiziell mein Vater. Stimmt. Siehst du, siehst du? Sag ich doch. Sag ich doch. What? Hey, 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 hey. Ja, keine Chance. Der arme Minien tut mir irgendwie schon ein bisschen leid. Ich kann gar nicht mehr ein Jungfaden. Oh, wer ist denn? Oh, wer ist denn hidden? Wer hätte das, wo es gedacht? Maaaann. Wenn ich jetzt sterbe, sage ich, das wäre extra oder mich. Ich weiß auch nicht, wer ist. Ich glaube, ich bin hidden, oder? Ich glaube, ihr solltet mal euch alle aufteilen. Ich glaube, ihr solltet mal euch alle aufteilen. Das haben wir aus Horrorfilmen. Das ist immer die beste Hauptsituation. Das ist immer die beste Hauptsituation. Aber ich bin nicht schwarz, also darf ich nicht zuerst sterben, oder? Immer diese Aussagen. IMMER diese Klischees in Horrorfilmen, Mensch. IMMER diese Klischees in Horrorfilmen, Mensch. Immer diese Klischees in Horrorfilmen, Mensch. Genau. Der hidden muss eh noch Sex mit der Frau dann haben. Danke schön. Deshalb fredig ich... Du... Ich möchte, ich möchte Mineralwasser haben, oder so. Du spielst aber tatsächlich den Schwarzen. Die Erdwinn war zuerst. Kann ich den Schwarzen noch selber umbringen? Ja. Oh nein! Das Minion getötet und unsere einzige Hoffnung. Jetzt bin ich dir beleidigt. Oh, jetzt ist er beleidigt. Dann geh doch. Ich bin übrigens in der Küche. Und randaliere. Ich versuch grad irgendwen hinterher zu rennen die ganze Zeit. Den Konomato. Komm zu Papa. Der läuft auch beschissen. Wo bist du? Dann komm ich vorbei. Mann! Schieß doch nicht mal die Scheiben kaputt, Mann! Das macht mich nervös. Ich schieb'n, aber ich bin nicht da. Irgendwas ist falsch. Die Xbox. Ich hab die Xbox. Ach, ihr seid da im Technikraum. Es ist so wunderschön. Mann, wo seid ihr? Die Scheibe mehr kaputt machen. Scheiben mehr kaputt machen. Aua! Wer schießt denn hier? Au! Das war natürlich Absicht, dass er die Reis verloren hat. Oh mein Gott! Ich wollt euch auch mal was anlassen. Ich wollt euch auch mal was anlassen. Mannu! Oh Mannu! Jetzt steck' ich euch mal ne Messer in den Arsch. Ich möcht' den töten! Versuch' es! Versuch' es! Nicht wundern, wenn sie so ne Geilheit dann empfinde ich auf einmal. Wie überzeugt sie sie immer von sich sehen. Sie sollten YouTuber werden, hundertprozentig. Guck mal drüber, ne? Hi! Ich hör' dich! Ich lauf' einfach Delay hinterher. Au! Au! Eine gute Idee. Aua! Das hast du nicht. Das ist nur ein Bild. цxN Mann, ich lauf' immer gegen euch!! Geht 그러니까 this guy! Geh weg mit deinen scheiß Galaten, Mann! Guck mal! Au! AU! Ich habe ihn ja ganz hinten leicht schimmern gesehen, hat er sein Sperma da gelassen, mann, mann, mann. Laufen einfach panisch im Kreis. Wieso schießt ihr? Wenn ihr schießt, dann schieß ich auch. Ich bin doch vielleicht schon lange oben. Ne, ne, ne. Auf der ganz klassischen anderen Seite, der Treppe. Es gibt ja zwei. Wir kriegen ihn! Da ist er! Wo? Ist er da unten? Ich bin unsichtbar, du siehst mich nicht. Oh doch. Doch, und treffen kann ich trotzdem. Ja, und sag da. Was bildest du hier noch ein? Da warst du! Ich bin gar nicht tot. Sehr gut. Ich bin nicht tot. Dalo, endlich hast du auch mal einen Kill gemacht. Man, jetzt fehlt nur noch, dass ich einen Kill mache. Heu, bin hin, ich sterb gleich. Dalo! Dalo! Ich bin nicht gut, dass du ihn hast, was du einfach gesagt hast. Ey, du bist immer besser als ich, ja? Und das muss was heißen. Ja. Eigentlich bin ich gut in Shooter, eigentlich. Also ich bin, bin voll gut. Ich sag euch jetzt, ich mach grad grad bisschen Fleischkuchen in der Küche. Ah, ich bin in der Küche. Wo bist du? Suchen wir den Teddy auf der Map Minion, oder? Okay. Also die Xbox hab ich schon. Okay, also die Xbox hab ich schon. Delay. Aber ich würde dich genau dort haben. Vielleicht habt ihr auch ein Rücken schafft. Komm her, ich bin in der Küche. Los. Wir wollen alles, wir wollen alles finden. Wolltest du nicht in der Küche? Genau. Delay verarscht mich bestimmt jetzt nur. Und wenn ich in der Küche gehe, erwarte ich nicht ein Fleischwurstbrot. Ich bin ja gar nicht. Ich buche übrigens. Hier ist ein Fahrstuhl. Hier bei TV-Total-Turm-Springen sitze ich hier und werde unser. Ich bin in der Küche, komm. Hä? Da ist er einfach raus. Schmeiß doch nicht einfach irgendwas runter, man. Hab ich ja nicht. So ein Brötchen. Geh ich halt weiter. Hä? Wo ist denn überhaupt die Küche? Hä, wer ist das? Wer ist das? Minieren. Okay. Manu. Hallo? Ich fühl mich immer so alleine in diesem Spiel hier. Ah nein, du auch nicht. Ihr tötet mich nur als erstes, weil ich Ami bin. Das ist halt dieses Russen-Ami-Satz. Von mich schimmert hier alles, ey. Da hinten ist der Russe und ich bin Ami, oder was? Wo bist denn du? Hier. Der sucht bestimmt nur mich da, du. Beziehungsweise, du suchst nur mich. Ja, Mann. Ich renne noch panisch im Kreis rum, er ist vorbei. Meine Haare brennen, meine Haare brennen, waaah. Mach mir keinen Hunger. Meine Binde brennt. Ich sehe mich, oh mein Gott, bin ich das nicht. Ich find den echt grad gar nicht. Daran liebt er sich so schlecht. Du. Der Aldo läuft mir bestimmt grad einfach nur die ganze Zeit hinterher. Hi, hi. Soll ich dir eine Pizza rüberschieben? Ja. Hä? Ich hab dich gesehen. Ist grad wer gestorben? Boah, das kann grade ziemlich schwul, wer auch immer du bist. Ich hab dich gesehen, oh. Hallo? Wer knallt hier? Pfff. Hä, hh. Höhö, knallen. Höhö, höhö, höhö. Hallo? Ich sterbe bestimmt gleich, oder Aldo schmeißt irgendeine Kiste schon wieder nach mir. Aha. Ich hab da hinten irgendwas Schimmern gesehen. Ich habe vor allem eine Granate gehört.